hallo so und servus und erlaubt mit einem Verwerbsten und wiederfrieden bei dieser Frieden also bei der Reise werden und mit der Schreie wir laufen gerade durch die goldene Stadt naschen König das ist ein aber ja es ist ein Kündnis Hauptschuld und Gold für mich was nicht so weit reden. Alter, du riechst mich an einen anderen König irgendwie. König zu finden. Die Mieten hier sind einfach zu hoch. Warum? Sogar die Haare ist aus Gold, von der hat die Scheiße. Er hält's Maul. Weischen, wo ich ja kaum ein fucking Dorf, wo es drei Häuser gibt. Und die haben mich verbannt. Ja, zu arme. Da koste Nacht 10 Gold. Stimmt's. Wenn überhaupt. Bei wem? Oh, der Bärtaar. Bärta, das Ding ist einfach sexy. Ja, Alter. Stoff, Hure. Bärta. Alter, was machst du? Ich mach gar nichts. Du bist gar nicht drin. Du bist schon du noch. Du bist bei so Laufsequenzen. W-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w. Schieb nicht Leute hinunfärg. Also zitzig ist ja sch... Bähm-bähm-bähm, Alter, du sagst gib mir dein Geld. Tsch 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 tsch. Der hat geschimpft voll viel Geld. Wer bist du? Hau ab, das sind scheinbar geschippt mir über euch hier. Yo, und was verkaufst du? gold in die stadt wahrscheinlich grabt da immer die ziegelsteine aus irgendwie also wie bekannt ist okay weil es nicht wirklich langweilig er hat sich gar nicht nur so an wie die tippe auf der in der sandflüche da alle meine freunde sind auf die meinungsinsel ja geh da auf die scheißweißinsel wenn es nicht so ne achten kaffee das ist der schmied ja wenn da ein fetter kaffee vielleicht auf dem stück drauf wir haben kein geld nur das hausler steht dann nämlich einfach ist da unten seine augen eigentlich aus dem zählen davon raus der herr keine ahne sieht aus wie ein stier ich will jetzt gar nicht drüber nachdenken wir können deine axt bitteschön das ist manchmal dann müssen wir noch die wir müssen gleich zum schicksalsbergen wichtigste machen müssen wir nicht jetzt im schicksalsberg wir müssen wir müssen erst mal nach mittelerde okay die staatliche lehmann gar nichts da gibt es so fett die rüstung aber aber da waren wir noch nicht oder wir laufen auf der kack stadtmauer was bringt nur den scheißdreck man sieht irgendwie gar nicht höher aus als er dann ja jetzt sieht sie höher aus könig wie sagt die verlassen stadtraum verschlossen doch wir müssen wieder zu der komischen sara und da kann man hoch und wie aber das bringt sich also ich kann ich wieder ich kann wieder erinnern wir waren nicht die scheiß die scheiß pferde drin ich kann ich dazu verstehen die noch immer und die scheiße und die sind kacke aber die pferde hatten aber schon als gegner oder die waren schon vorne mal in der feststellung müssen wir das also ja doch schon ja doch schon ja doch schon ja doch schon nein ich finde ich mag wieder läuft in die 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 mit dem zu tun so glücklich die musik ändert sich jetzt können wir wieder halt zurücklaufen den weg die mussten auch lang aber ich bin dazu voll exe kommt zu hoffen ich will da fliegen schnell aber ich bin so mit der kohle ich hab doch meine schon wir haben ein weiter es ist alles hat er nicht aber so hat er auch hier ist das ist es ist aber wenn ich aus muss die unteren Teilstaaten müssen wir jetzt ein Spion stellen die genervt der Trache sie jetzt vor kommt trommelt immer ich kann nicht sein damit was ich kämpfe das ist doch gleich Das ist ein Karusel. Das sieht echt aus ein Karusel. Das ist ein Karusel. Geh da hin. Das ist das. Wir haben uns aber mitten im Wald. Verbrüchen. Das ist ein Karusel. Wie sie mal herkommen? Ja, das ist Karusel. Ich suche den unteren Teil der Stadt. Hey, komm hier raus, das ist falsch. Ich weischt. Das ist doch durch den Scheiß Abwasserkanal. Was ist die? Wo du meinsch. Nein, du weißt nicht. Aber das muss dann eigentlich. Kaum raus, so wie viel. Oh, ein Kurieur. Ja, ist alles okay. Vielleicht ist er. Ah, ein bisschen Tampel. Wenn es in eine andere Richtung geht, dann war das anders. Das ist so weit, ich bin doch nicht weg, oder? Okay, das ist echt anders, genau. Ach, leck mich, ey. Das ist sogar eine runde Weltkrieg. Ist das jetzt alles auf einem? Ah, das wird natürlich, ich bin doch, du Scheiße. Vielleicht hätten wir es mit deinem Düsseldorf sein, ne? Hoppa. Das ist doch. Nein, ich habe das jetzt. Das ist der Tempel, wenn ich so erkenne. Na? Na, das ist gut. Äh, ich? Kannst du mal. Falsch, wie ein Wort? Dann. Fragen Sie zu schwer. Das ist mir halt noch ein bisschen dumm, ich sage, aber. Ich glaube, irgendwo da hinten ins linken Haus. Hins linken. Ja. Da. Links hinten heißt das doch, oder? Nein. Nein, das ist so eine. Sie haben meinen Mann eingesperrt, weil er dann den Schlüssel so kaltfest zu gestohlen hat. Ja, ich habe den Schlüssel, da ist einer nicht dran gefunden. Aufsicht mit dem Schlüssel. Geh mir. Ich glaube, ihr könnt die Böse gebrochen, ja, wildfreundlich. Nee, er geht mit dem Schlüssel, das ist so schuldig. Und das ist die. Ja, brauche ich. Ich bin so einig. Ich bin so einig. Ach, scheiße. Ja, wir... Oh, au, meine Finger. Ich kann die Tast nicht drücken. Ah, das ist wieder. Wir merken gerade kurzzeitig so ein komisches Problem. Wir konnten die Taschen nicht drücken. Hat sich wieder wie hochbauend. Und die Trommel sieht voll nicht aus wie eine Trommel. Ich bin scheiße. Lass mir die Trommel zu. Pstiu. Ja. Wenn man mal so trommeln kann, dann kann man sich Trommeln auch nennen. Nein, die kommt doch nicht. Ja, ich möchte das nicht mehr. Ich möchte mal einen Baum. Schau, aber überhaupt nicht aus dem Baum. Da gibt's gar nichts. Verdammt! Das ist die Goldinsel, oder? Hier ist die Manerfestung. Ich find's nicht richtig. Ich geh mal gerade nebenan schon. So vorne. Hallo, ich will die Maps hier. Aber ich müsste ja schon stoppen, dann so mal. nicht die einsteigung zu lassen wir müssen nach nord ne süd oder osten dann kann ich zurück hast du starten, ok? ach, ein B das machst du wie häufig ach so süd ausschneiden hallo weiter halt ein kühlschwanz ja reiß und ich finde auch, dass er eine coole Geschwanz hat ja, finde ich auch ich werde jetzt alleine laufen halt mal ich bin mal anders hin, ich bin da gar nicht rein muss ich doch der hässliche Hinweis, Barsch-Torri warte, hier müssen wir jetzt die Schlüssel gar nicht einsetzen, oder? da hast du dich automatisch eingesetzt, wenn ich hier reinkomme ich hasse die Barsch-Torri der kippt sogar mit dem Rückruhrslaufen gibt es mir jetzt aufs Mord er kann es halt ja, da gibt es Säure gegen die Barsch-Torri alter Mann, die Damage hihihi 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 mh hihihi 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 ich bin hierALLY Dichos hihihi hihihi I don't care. Weißt du das? Ja. Oh Gott. Oh Gott, die kommt schon wieder so. Das ist auch nicht in der Vorhinein gemacht. Voll dir verspätet dich. Ich hab mich schon nicht. Ha. Oh nein. Scheiße. Scheiße. Ich hab die Fläche nicht gesäppelt. Hast du aber gerade nen Hund? Ja, ich hab gebashed. Sie kommt nicht mehr. Oh, 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 oh. Was braucht ihr? Okay. Was ist das? Wir haben einen übersprungen. Hä? Dann ist es wahrscheinlich so... Okay. Schau, Katze. Was? Er ist leid. Ja, so gefallen. Also, ich bin dauerbewusstlos. Was? Hier mal die eine... Alle. Hier mal alle, dann gibt der ein Ding. In, äh, Leben. Und wie die Wecker? 1.900. Hier ist ein Klaisson. Der ist um niemanden. Aber nicht mehr lang. Und hier ist der, der ist ein Klaisson. Oh, 120 damage. Gibt ihn mal. Voll die Struppe. Mach eine Schokolade hier? Ja. Da ist ein Klaisson. Schokolade. Mh, 18?! Ich bin sicher, dass der Ausleitbank steht. Ich schneide. Oh, der Ausleit steht da drin. Oh, der Sandler weiß. Ich habe das Gefühl, dass wir den so ficken. Ja, wahrscheinlich ist der Ausleit seine Schwäche, nur halt... Ja, mit Bäschen und so auseinander. Also seine größte Schwäche macht nicht viel. Egal. Ja. Ich nur so Zauberzuse. Ey, pass auf. Der macht sich aber selber Damage. Jedes Mal gehabt, das war aber ein Konto von mir. Nein! Nein! Ich dachte nur, wenn du mehr stehst. Ja. Ich dachte nur, wenn du mehr stehst. Ich dachte nur, wenn du mehr stehst. Ich weiß nicht mehr. Ich weiß nicht mehr. Ja, ich kann nicht mehr Zeit, wenn du nicht zugucken. Und das Spiel, das weiß ich nicht. Ich glaube irgendwie, der Boss ist nicht so viel zu Hause. Ich habe das mal ausgeliefert. Ich habe das mal ausgeliefert. Alles, komm! Ich habe schon eine Schokolade. Ich habe das mal ausgeliefert. Warte, was macht der Pip doch? Hä? Ah doch, es hat genau richtig gereicht. Warte, dann doch nicht. Das ist doch 106 Leben, oder? Das ist 250. Das ist 250. Das ist 250. Ich kann nicht sagen, ob du 10 oder was. Alter, wie viel Leben hat der nach anderen? Ich habe das noch nicht gesehen. Ich habe das nicht gesehen. Das ist doch zu viel. Keine Ahnung. Hau mal hier rein. Scheiß Viech. Hau mal hier rein. Hau mal hier rein. Meine 21 Damage stehen auf uns aus. Ja. Aufs Maul. Ah. Uh. Hiel und Spidey. Jetzt geh ich drauf. Nein. Falsch. Oh Gott. Ah. B. Äh nicht B. B hätten wir schon mit L. Ja. Ja. Schlag ihn. Oh Gott. Ich dachte ich bin gestucked. Was. Was. Äh. Yo. Schlag ihn. Nein. 18 Damage. 2. 2. Irgendwie ja nicht. Hä? 51 nur. Ja. Ich kann gar nicht mehr greifen. Danke. 0. 3. 25. 1. 1. 1. 1. Ah capaz. Ja es ist. Es ist der querer veración. Und ich liege ich noch in den Moment, um nachzudenken... und nochmal... Ich muss auch kein Deutsch werden. Oh, keine Ahnung, was der Kopfstecksbild ist, find ich cool. Hä? Der lebt noch? Hä? Hä? Was war das? What the fuck? Was ist los mit dem Spiel? Steht da irgendwie tendiert zu bangen? Geh mal runter, hallo, ich kann jetzt auch nicht angreifen, weil ich nicht verstaut. Und ich verschont. Kann ich Schipolei hattest, oder? Ja, ja. Nee, hier beide, ich hab nur ohne 14. Ich hab nur gegenehmt, wo ich sie hab nur in 7 Minutes, also. Danke. Ich mach nur Damage! Aber ich mach auch fett. Nein! Ich bin bewusstlos. Ah, ich hab mal einen reingehauen, hab mir ja nicht Lust. Ich hab nur Schokolade. Das macht ja. Nein! Ich hab nur Schokolade. Ich hab nur Schokolade. Ich hab nur Schokolade. Schokolade. Da steht nur dran... Wie steht eigentlich nichts drin? Das ist ja irgendwie... Ich weiß nicht, weil es passt noch. Das macht ja nicht. Ich weiß nicht, dass military unit купisieren muss. Ich weiß nicht, dass er versucht nicht zu helfen. Hier kommt an diesem Schokolade. Meerasichtlica. Ich kann er mal Healten machen. Zveih Soloieren? 可以半 Switch für ein Ding rein. Happy انイ. Das ist schnell... Von der... Ah, das Granat es in. Nein! Das großer Brothers, der Dacid嗎. Ich hab nur der Ball бы von dem Druck brechen. sehr geil jetzt ist aber gut gerade eben nicht durch ja aber sein kopf explodiert ist einfach so ein kopf und so viel leben haben wir noch gar nicht abgezogen haben wir haben jetzt echt einen übersprungen wir haben übersprungen ein slime ach das ich weiß wo der ist soll man besiegen du ja dann muss man sowieso wahrscheinlich mal abhalten ich habe da jetzt weiter fertig gut das gegner wo die haben wir das für leben war eigentlich nicht der anfang kann man mit der erste anfangen das soll das war einfach in ruhe das hat sich was ist das nächste fliegt das ist als thunderbolt als also stein musste ich aber doch hier hier uns alle was jetzt habe ich noch Lucy die leute in 2400 leben macht der mit macht und zu schaffen macht Fuck. Yo, wir probieren was denn noch. Ne, guck mal. Mach. Damage. Der, der füsstet mich von unter 30. Hä, muss ich ja irgendwann nur eins wissen. Ja, muss ich nur eins bezeugen. Oh, ich bin Laffen, Laffen, der wird schon wieder hoch. Geil, sorry. Mal schauen, was 5 ist aber. Toll und Damage auch. Das ist ganz cool, weil er muss ihn eigentlich nur 2 von 3 holen. Wir sollten uns schon wieder healen, ehrlich gesagt. Ich kann nicht sagen, dass wir nur 2 healen können, oder? Ne, wir haben alle healen. Ja, heal alle, wir haben doch nur 4 Nüsse noch. Probierst du mal mit Thunderbolt? Ja, vielleicht macht das Melder nicht. Ja, aber das ist ja besser als nix, oder? Der hört wieder auf, verdammt. Scheiße, wer kann das auch? Was? Mir macht's nach. Feuch, feuch, feuch. Okay. Oh, du musst dich erstorten. Nein, du bist nicht tot. Ich bin auch tot. Leck mich. Leck mich, Alter. War start, war start. Nein! Wenn wir jetzt verlieren, dann werden wir wieder vor. Der Katze ist vor. Also da, nur da, wo es der Schmerk gespeichert hat. Der will nicht mehr. Ah, nein! Der will nicht sterben. Oh, was ist das? Du musst einfach die Dauer heal. Ich bin tot. Fuck! 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 Heal mich! Und pass auf, dass du auch mich healst. Und nicht das Ding. Ich lebenswasser, ja. Und heal dich sofort danach. Und du bist tot. Und ich muss sagen. Und ich kann mich nicht mehr healen, weil jetzt kein Typ mehr da ist. Und du bist dran. Du musst spielen. Und du bist tot. Und du bist tot. Und du bist tot. Und du bist tot. Was war, wie so ein Musikspiel? Bastard. Bastard. Wir gehen, glaub, erst mal zu dem Schleim, oder? Wo steht der Stern? Da. Dark Palace. 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 Okay, und du bist geimpft. Aber wir müssen можешь den slapen. Schon da hab's alles was wirklich hinstehe. Aber wir müssen lieber sagen. Ich guerte den Schlüssel bitte. Dasz毒病ammel. So ist esha Tech. Ich hab das. Ah, ist eine Ausrüstung? Ja. Und gehen wir jetzt hin? Zum Schicksalsberg. Du bist zum Schicksalsberg? Typisch nicht so. Äh, ich müsste nur ein bisschen mehr erschöpfen. Und gehen wir zusammen zu dem, wo wir vorhin waren. Chill. Lass ihn rein. Oh, hier, Palasch? Ja. Äh. Äh. Vielleicht gehen wir mal ein bisschen Gold. Ein paar Levels. Oh, die. Ich glaub, es sind hier zu starten und so. Was? 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 Wieso stark? Mal schauen, was die Totausch kommt. Das geht nicht. Gibt's hier auf irgendeinem Ultraform oder was? Sieht mir scheiße und stärker sich nochmal. Ja, schon klar. Aber gibt's hier auch noch besser? Hab ich noch nicht gesehen. Aber kann gut sein, dass man mal arbeiten und vielleicht welche sind. Da bin ich ja nicht so weit gekommen. Ja. 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 Okay. Ja. Und hier schlägt mir auf. Genau. Ich hab es dann schlägt mir auf. das ist da oben gekillt kann ich die überhaupt das ist ja ich bin ja ich bin ja ich würde auch das ist richtig viel geld das ist richtig richtig viel wir haben ein bisschen wenig was heißt ich habe schokolade verdammt das ist ein tag wasser das ist ganz das ist das ist wieder gelebt oder die menschen nicht viele werden von den steuern wenn das mit ruhig was aber kann ich 27 minuten 48 wir können sowieso nachher auf das ist was ich da oben ich weiß es ehrlich gesagt nicht weil ich wüsste jetzt den bockten könnte und direkt level bombe man das sollte nichts ja du sie direkt auf kurs okay lassen oder durchgehen wir sind noch kurz zu dem schwindet der meiste ist nicht da wo ist der luna ist nach palastgang erst nicht weil dann müssen wir es immerhin geht ja also wir machen das ist das gut also leute die dankst du schon ein paar sind vorbei dann schauen wir mal schnell ob man sich fertig sind also bis gleich